Der Universal-Bremsendlüfter-Adapter kommt überall da zum Einsatz, wo man mit seinen Standard-Adaptern nicht mehr weiterkommt. Und seine Verstellmöglichkeiten schauen wir uns jetzt mal an. Der Universal-Adapter arbeitet über Verklemmen. Das heißt, ich habe einmal einen Gummikonus, der ist aus bremsflüssigkeitsresistentem Material gefertigt. Und ich habe die Möglichkeit, einmal die Backen im Durchmesser zu verändern. Und zwar zwischen Minimum 28 Millimetern bis zu 70 Millimetern. Zudem ist die Höhe einstellbar und das innerhalb von 2 Zentimetern. In der Anwendung sieht es so aus, dass ich als allererstes die Greifarme einstelle. Und zwar so, dass ich genau unter den Flansch vom Bremsflüssigkeitsbehälter komme. Setze dann über das Ränderädchen diese Arme fest. Und im zweiten Schritt drehe ich dann, ich habe die Möglichkeit hier oben mit einem Steckschlüssel zu arbeiten, beziehungsweise mit einem normalen Schlüssel. und drehe dann die Abdichtung gegen den Bremsflüssigkeitsbehälter und habe dadurch eine perfekte Abdichtung und kann dann ganz normal über den Stecknippel dann mein Bremsflüssigkeitswartungsgerät hier verbinden und die Bremse entlüften. Die Bremse Untertitelung des ZDF, 2020